Ein Hase und ein Pferd sind dick befreundet und gehen miteinander spazieren und auf einmal versinkt das Pferd im Moor. Er steckt bis zu den Nüstern im Moor und kann nicht mehr mehr aus und ist ganz fertig. Und der Hase sagt, ich helf dir gleich, bleib da, ich lasse nicht weg, ich helf dir gleich. Und der Hase rennt zum Bauern und will ihn um Hilfe fragen, find den Bauern nicht, der ist mit dem Traktor am Feld und denkt sich, was mach ich jetzt, was mach ich jetzt? Und klaut den Schlüssel vom Auto vom Bauern, einen tiefer gelegten Porsche, Cabrio, steckt rein, fahrt zum Moor, packt sie ein, nimmt das Abschleppseil, hängt sein Porsche an, hängt sein Pferd um den Hals, gibt Gas, dann spritzt der Dreck und das Pferd wandert mühelos heraus. Das Pferd ist ganz fertig und sagt, danke Hase, dass du mich gerettet hast, ich werd mich revanchieren, wenn eine Gelegenheit sich ergibt. Die gehen nach einer Woche wieder spazieren und auf einmal versinkt der Hase doch wirklich in einer Moorpfütze. Ein bisschen kleiner, aber für ein Hosen braucht es nicht viel, bis zu den Zahnteilen. Das Pferd ist ganz hektisch und galoppiert zurück zum Bauernhof und will das Porsche Cabrio fladern und kommt nicht rein mit dem dicken Hintern und denkt, nein, ist blöd. Geht wieder hin und kommt dann auf die großartige Idee, ich stell mich über die Pfütze, fahr meine ganze Männlichkeit aus und zieh den Hasen da raus. Der stellt sich hin, fährt sein Teil bis ganz zum Mauer, der Hase hält sich fest mit allen ihm verfügbaren Gliedmaßen, zieht den Hasen da raus und der Hase ist glücklich. Und was ist die Moral von der Geschichte? Wenn du ein geiles Gerät hast, brauchst du keinen Porsche um den Hase. Das ist die Moral von der Geschichte.